So, jetzt ist es laufen, jetzt wiederholt die Frage oder die Aussage. Ja, es ist so eine Menge jetzt am Horchen, dass man gar nicht nachkommt mit dem, was man jetzt anhören kann. Es ist die Silviserei. Das heißt jetzt immerhin ein Einstieg, wenn ich sage, da kommt man dem nach, jetzt denken wir uns ganz einfach mal irgendeinen aus, der das erste Mal anfängt mit Holofeeling, das heißt, der sich anfängt zu interessieren, er hört es irgendwie. Dann geht er auf die Internetseite von Holofeeling und dann wirst du natürlich erschlagen. Dann scrollst du das erste Mal durch und schon das Durchscrollen, wenn du dann siehst, das sind ja wie gesagt Tausende von Seiten. Also wenn man etwas sucht, das sind locker über 20.000 Seiten und dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das ist ein Hauptproblem, weil man meint, man könnte das Selbstbewusstsein erreichen oder verstehen durch Wissen. Und das hat mit Wissen überhaupt nichts zu tun. Das ist die Eigenart. Bewusstsein ist eben dieses rote Bewusstsein. Wenn ich wirklich weiß, was Bewusstsein bedeutet, Bewusstsein, ein ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Das kann man nicht haben, so wenig wie man Geist haben kann. Ein ausgedachter Gott ist kein Gott. Das habe ich immer wieder gesagt. Das ist ein ganz einfaches Deutsch. Und es steht und fällt mit den einfachen Worten. Das heißt, man muss sich zuerst einmal so reduzieren, dass ich mir wirklich bewusst mache, was ist jetzt da. Es ist ein Spiel, man spielt es alleine. Darum kann ich jetzt auch wieder nur am Anfang sagen, alles, was ich jetzt erzähle und ich meine ich jetzt, nicht irgendeinen ausgedachten Menschen. Nicht das Pixelmännchen Udo. Keine Schrift, wenn man ich bin, du die Ohrenbahrungen. Das erste Buch ist ja eine Kommunikation mit einem Buch. Schon der Anfang ist so göttlich genial in dieser Definition. Was ist jetzt eigentlich da? Du hast vor dir eine weise Seite. Ich habe das so oft gesagt. Das kriegt der Erstleser nicht mit, was da dasteht. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen, die ich mir jetzt ausdenke, vollkommen geistlos sind. Und jetzt ist das Verrückte, das ist der Fall. Es sind Figuren in einem Traum. Und jeder einzelne Satz von mir, wenn ich sage, einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Alles, was in einem Traum erlebt wird, erlebt der träumende Geist. Und du, Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, jetzt in Form eines Pixelmännchens, eines Lautsprechers, mach dir bewusst, was jetzt da ist. Ich könnte jetzt noch mal zum 100. Mann an Selbstgespräch in diese Schrift, in den Ohrenbahrungen, das ist eine Schrift, die Physik im Nullpunkt Gottes. Und da kommt ganz hin, diese Definition, angelehnt an Wikipedia, was ist eine Illusion, was ist eine Halluzination. Wenn ein Geist das verstanden hat, was da drin steht. Ich sage, du wirst von mir nie hören, dass irgendeine Definition falsch oder verkehrt ist. Ich muss erst mal wissen, was die Worte bedeuten. Das Wort falsch kommt vom Fall auf vom Lateinischen, das ist eine Falle. Das heißt, in dem Moment, wo ich schon definiere, das ist falsch, da bin ich in eine Falle der Einseitigkeit. Ich könnte jetzt sagen, das ist verkehrt, dann habe ich ja immer eine Kehrseite. Von meiner Vorstellung von richtig. Absolut gesehen, absolut gesehen, gehören die Teile unter dem Bauch zusammen, wie der Wellenberg und das Wellenball. Das heißt, wenn du anfängst, dich für Heiligkeit zu interessieren, müssen wir uns erst einmal klar machen, was ist eine Halluzination, beziehungsweise eine Illusion. Und dann kann ich jetzt im Einfachen, jetzt in deiner momentanen Auffassungsform ins Internet gehen, die Wikipedia-Seite aufschlagen und ich gebe das nochmal bei Wikipedia ein. Und dann, wenn man jetzt weitergeht, wir denken uns jetzt aus, dass diese Internetseiten ja von irgendwelchen Menschen erstellt werden. Und die greifen wieder auf sogenanntes etabliertes Wissen zurück. Das heißt, dieser Eindruck ist eine Kurzform aus dem klinischen Wörterbuch für Psychiatrie. Großes klinisches Wörterbuch für Psychiatrie. Und da steht, wer das genau definiert, und da kann man dann ganz klipp und klar nachlesen, was ist eine Halluzination. Eine Halluzination ist, wenn du hier und jetzt mit Bildern und Menschen konfrontiert wirst, die jetzt wirklich gar nicht da sind. Das heißt, wenn du in einem statischen Raster, ich kann das, ich habe das zigfach schon wiederholt, aber ich merke, dass die normalen Menschen das sofort wieder vergessen. Alles, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Du musst nur meine Gedanken mitgehen und es darf sich dein jetziger Intellekt nicht einmischen. Wenn du in einem statischen Raster plötzlich Gesichter und Dinge siehst, die jetzt gar nicht vorhanden sind, dann ist das eine Halluzination. Das wird genau erklärt. Was siehst du jetzt? Du hast ein statisches Raster von flackernden Lämmchen und da siehst du ein Gesicht. Dasselbe passiert, wenn du eine Zeitung anschaust. Da haben wir jetzt keine Läppchen, sondern halt irgendwelche Pixel. Hier vom Fetzenpapier unterschiedliche Farbunterschiede, die du hast. Und dann siehst du plötzlich, und wenn das Buchstaben sind und du fängst zum Lesen, dann driftest du vollkommen weg, wenn du deine Zeitung liest. Ist dir das jeden Moment bewusst? Und ich bringe das auf einen ganz einfachen Buch. Du schaust Schriftzeichen an. Diese Schriftzeichen erzählen dir, was, das sind ja auch Zahlen, weil im Hintergrund praktisch ein Computerprogramm läuft. Und dann baut sich Indie, ob du willst oder nicht, deine Vorstellung auf. Die Vorstellung macht dein Programm. Das, was du aus den Worten für Vorstellungen machst. Und das ist sehr komplex. Weißt du, und da kann ich tausendmal sagen, du liest jetzt irgendwelche Namen, wie Merkel oder Schröder oder was auch immer, Einstein. Und dann ist automatisch in deinen Schwamminhalt anerzogenes Wissen, warst du ganz bestimmte Personen auf. Und dann weißt du, der hat das entdeckt und der hat das gemacht und der ist so und der ist so, obwohl du die Typen gar nicht kennst. Jetzt musst du dir jetzt erst einmal bewusst machen, dass du dir rein Wissenselemente, die du in dir vorfindest, die du dir nicht raussuchen konntest, dein Programm, dein Schwamminhalt, wenn du einmal das chronologische, darwinistische Denken überwunden hast. Vergangenheit sind Gedanken, die du jetzt denkst, das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kann man immer wieder diese Sätze machen, was bedeutet eigentlich Fakt? Nein, Faktum. Eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Wenn du absolut bewusst bist, dann ist dir jeden Moment bewusst, was jetzt da ist, wie du auf den bestehenden Moment Information, Moment, da kommt halt jetzt die Vatersprache im Sinn, das ich sehr, sehr einfach halte, dass du auf jeden Moment reagierst. Und mit dieser Reaktion formst du praktisch dein eigenes Dich selbst um. In der Physik ist das die Einstein-Formel. Tausendmal erzählt. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Jetzt setze für die Formen der Energie deine Informationen, die Informationen eines träumenden Geistes und der träumende Geist selbst ist diese E-Quadrat-Energie, die laut Physikbücher weder vermehrt noch vernichtet werden kann, weil sie etwas nicht denkbares ist. Alles, was du denkst, heißt, es beginnt in dir zu existieren und alles, was existiert wird durch den nächsten Gedanken, ist vergänglich. Aber der, der das erlebt, der ist ewig. Und ewig ist jetzt nicht schon wieder eine ausgedachte Zeitspanne, sondern das ist ein Punkt. Das kann man nur wiederholen. Und wenn es dir schlecht geht, du stürzt ab, du bist unbewusst, diese Rechthaberei, es ist in einem gewissen Maß, ist es Geistlosigkeit. Mitleiden, mitirgend sympathisieren, es ist tausendmal durchgekaut und es wird nicht besser, wenn man es noch mal tausendmal durchkaut. Aber wir kommen am Anfang dieses Gesprächs zurück. Dass die Vielheit dich erschlägt und darum sage ich immer wieder zwei Seiten. Konzentrier dich auf das Einfache. Ich erkläre dir, was du bist. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Du bist das Einzige, was immer ist. Ich meine jetzt den, der jetzt ganz bewusst mit diesen Geräuschen, mit diesen Bildern konfrontiert wird, die sich ständig verändern, was sich dabei nicht verhandelt, bist du selbst. Dein ganzes, jetzt ausgedachtes Brüsselnleben lang bist du immer dasselbe rot geschriebene Geist, nicht denkbarer Geist gewesen. Wir setzen dort den Träumenden Geist. Darum hat man auch wirklich nur das Gefühl, dass man altert. Als Geist, wenn ich einmal das weiß, was ich bin, das kriegst du richtig mit, wenn du Geist bist und wirklich älter wirst. Wenn wir die Donis zum Beispiel nehmen, dann merkst du, wie der Körper langsam schwach wird, wie er dahin geht. Macht dir überhaupt keine Angst, wenn du weißt, dass das eine Verwandlung ist. Dann wird dir der Wahnsinn der Schulmedizin bewusst. Schulmedizin ist gegen Naturgesetze. Es ist genauso kapitalistisch totalistisch totbringende Geldmacherei wie alles andere auch. Wenn wir jetzt aktuell wieder die Zeitungen sehen, hier letzte Bild-Zeitung, das ist also Gesundheits, unser Gesundheitsminister Spanien, Deutschland, weist darauf hin, unbedingt nicht, das sollte ich nicht abhalten, weil ja in den Arztpraxen ist ja der Umsatz, das ist schon eine Firma, der Umsatz ist über 50, 60 Prozent eingebrochen, weil die Leute ja mehr Angst haben, sich ein Coronavirus in der Praxis zu holen wie die eigentliche Krankheit. Und ich sage, früher wie die Leute nicht welcher jeden Schieß zum Arzt gegangen sind, hat sich das von selber erledigt. Die sind die meisten wieder von selber gesund worden. Und wenn ich dann sage, ja, aber man hat ja keine so lange Lebenszeit gehabt, so hier, man war nicht so lange in der Vorschule, man hat nicht so lange studieren müssen, bis man auf die höhere Ebene kommt. Das ist alles eine Auslegungssache, aber letzten Endes sind das alles nur Gedanken. Ich schalte mal ganz kurz meinen Bildschirm ein, weil ich seit langem, jetzt rede ich einmal wieder normal mit euch, mich hingesetzt habe und einmal wieder was geschrieben habe, weil ich sage, es wird ja nicht besser, wenn ich noch mehr schreibe. Aber Udo, weißt du, ich lese jetzt auch wieder mehr. Ich habe jetzt das achte Buch gelesen wieder und das fasziniert mich, weil ich mit den Gedanken mehr bei der Vatersprache bin. wenn ich die Zeichen sehe und dann selbst versuche, jetzt was draus zu machen. Keine Frage. Das ist besser wie... Der Witz, der einfache Weg ist immer wieder, wir haben jetzt zur Zeit eine Szene und wenn ich immer sage, zur Zeit hängt das natürlich zuerst einmal von deinem Programm ab. Ich kenne dein Programm, wenn ich in dir auftauche, so spreche ich jetzt speziell mit deinem Programm Zeitaktuell. Wir denken uns jetzt einfach, irgendwann hört sich das Video in fünf oder zehn Jahren an, was natürlich nie sein kann. und du kannst dir das immer bloß jetzt anhören. Dann haben wir diese eigenartige Verschiebung wie bei unserem Videospiel, dass jede Reaktion auf deine momentane Information verändert deine Information und da du dir ja zwangsläufig eine Zukunft hochrechnest und eine Vergangenheit dir denkst, du kannst deine jetzt ausgedachte weitere Spur, ich sage mal, der weitere Verlauf dieser ständig hier und jetzt wechselnden Bilder, dass wir mal losgehen von diesen ausgedachten Vergangenheit-Zukunft-Denken. Es sind definitiv, wie wenn du einen Film anschaust, im ewigen hier und jetzt ständig wechselnde Bilder, die auftauchen und verschwinden. Aber du hast als Chat immer eine hochgerechnete Zukunft. Ich muss ja mal sterben. Warum glaubst du das? Weil du einen tiefen Glauben in dir trägst, dass du in der Vergangenheit entstanden bist, wirst du in der Zukunft wieder vergehen. Das sind die zwei Seiten. Aber das spielt sich immer nur hier und jetzt ab. Und das heißt, in dem Moment, wo du auf eine Information reagierst, ändert sich deine Information, aber auch zwangsläufig das, was dann in der Zukunft, mein Autobahn-Beispiel, was du als nächste Möglichkeiten hast, du schenkst die Hände. Man schenkt sich schon eine Konzerne. Es fallen sehr, sehr viele Möglichkeiten, die in dir auftauchen können, weg. Wenn du jetzt an einer Kreuzung sagst, ich fahre nach links, ist alles, was kommen würde, wenn du nach rechts gefahren wärst, praktisch zuerst einmal passiert. Auf der Datei hat Seinsmöglichkeit ist es drauf. Darum ist jeden Moment, änderst du das praktisch. Und darum sage ich immer wieder, wenn du eine vollkommen neue Zukunft jetzt statisch im Jetzt gesehen erleben willst, musst du zuerst einmal deine Vergangenheit verändern. Du steuerst das praktisch mit der Vergangenheit. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, wenn man in diesen statischen Bereich kommt. Und jetzt ist es beim Lesen, was du gerade sagst. Das Thema hatte ich schon nochmal ganz gezielt mit den Tonis. Wenn du Videos, das sind ja auch immer wieder Momente, dass wenn du anfängst, dich mit der Vordersprache zu beschäftigen und es geht um die Grundlagen, die müssen sitzen, sonst machen wir Trockenübungen. Das ist immer, das ist wie meine Schulklassen, wo ich sage, ich muss das dann mal lesen und schreiben, das haben wir tausendfach durchgehört, erst wenn ich lesen und schreiben lerne und die Grundrechnungsarten kann ich dir Physik beibringen. Aber da muss ich das dann mal sprechen, hören. Ich kann erst ein Kind lesen und schreiben beibringen, wenn es die Sprache versteht. Und genauso ist es mit der Vordersprache. Es geht das dann mal nur um die Grundlagen, um diese lächerlichen 22 Zeichen in Rot und Blau und das kommt, wenn man das wiederholt. Und was du gerade gesagt hast, dass jetzt wir in einer Zeit leben, dass ich den Vorden wieder finde, dass die Menschen sehr bequem sind. Die wollen nicht mehr lesen, darum gibt es jetzt einen riesen Boom an Hörbüchern. Es ist ein Nichts, wenn du ein Hörbuch dir anhörst und du hättest denselben Text als geschriebene Worte und du hast die Grundlagen der Vordersprache, bleibst du so oft stehen beim Wort, weil plötzlich ein Wort viel mehr ist als diese einseitige Auslegung, die vorbeiräuscht, wenn du nur das Geräuschkotz in dir auftauchst. Ganz krass ist es zum Beispiel, wenn wir jetzt Videos anhören, es kommt ja alles aus dir, die Welt spricht zu dir und nichts ist deutlicher, wenn du die letzten 20 Jahre Holofeeling einmal beim Redo in den Hensenblog reingehst, in die Updates und schaust dir mal auch die Eltern-Updates an 2010, 2009, 2013, die wunderschönen Gesetzte mit Videos vorausgesetzt, die sind noch drin, sind ja einige gelöscht, aber viele sind noch mit drin, dass du plötzlich merkst, die Welt spricht zu dir mit dem Holofeeling-Kontext, alles schreibe ich an, ich liebe dich, alles erklärt dir, alles in jedem Lied, und was mir jetzt wichtig ist, dass man Lieder, wenn man die als Videos anschaut, auf YouTube haben wir zwei Möglichkeiten, das erste ist einmal das klassische Lied, meinetwegen nur mit einem statischen Bild, dann hörst du, das wäre jetzt wie wenn du ein Hörbuch dir anhörst, dann gibt es natürlich, Videos sind überladen mit symbolischen Botschaften, wenn noch ein Film mitläuft, da sagst du, hey wie genial sind die, die sich diesen Kontext an Film im Hintergrund bei dem Video ausdenken, natürlich wo es Gute gibt, gibt es auch dann wieder weniger Geistreiche und dann machen wir einfach mal, mir lassen, was es oft gibt, den Text mitlaufen und du wirst mich feststellen, das ist so eine Aussage von die Donis, erinnere mich jetzt, die hatten eine Phase, wo sie gesagt haben, wenn ich ein Video reinstelle, in ein Update und das ist mit dem Filmhintergrund, dass die das zwei-, dreimal anschauen, sie hören es erst einmal nur den Text an, am besten nachschauen und den Text als Schriftform mitlesen, wenn man den Text mit runtergibt und dann nochmal anschauen und schauen, wie die Symbolik funktioniert. Mir fällt jetzt zum Beispiel hier ein Zurück, das Lied, wo der übers Wasser läuft und dann sagt er endlich bei mir und keiner ist zu Hause und dann geht er auf das Schiff, er läuft übers Wasser zu einem Orni. Wissen diese Drehbuchautoren eigentlich, was sie machen? Da weiß keiner, was er macht. Das sage ich immer wieder, das ist so diese große Sache, das sind Kugelschreiber, einer, der sich hinsetzt, selbst ein Goethe, der sich hinsetzt und irgendwas schreibt. Es muss ihm einfallen, aber in dieser Hierarchie stehst du eins drüber, weil in deinem Traum denkst du dir jetzt jemand aus und du bestimmst, dass der dieses oder jenes geschrieben hat. Du denkst dir jemanden aus und du bestimmst jetzt, dass der, den du jetzt denkst, dieses oder jenes entdeckt hat. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist bloß extrem ungewohnt, wenn sich wieder der zweite in dir einmischt. Stimmt oder stimmt? Absolut. Das ist dieses wahrlich, ich sage euch, eh Abraham war, war ich, hat Jesus gesagt. Ich sage jetzt, eh ein Jesus war, bin ich. Als blaue UB. Das ist natürlich auch noch ein Gedanke. Oder ist der Rodeo B, da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Und das ist eigentlich hier mit der Sprache, was du sagst, um das zu unterstreichen, dass du zuerst einmal viel mehr aufnimmst, wenn du nicht nur das Geräusch hast, sondern das geschriebene Wort, weil im Geräusch fallen dir nämlich die Schriftzeichen nicht auf. Und dann hast du schon die Schriftzeichen und du fängst jetzt schon an zu spielen. Das passiert dann, man erreicht, wenn man wird neugierig, jetzt verlagert sich das. Dieses Interesse, das Interesse verlagert sich auf die Meta-Ebene. Und darum ist nochmal, dass du feststellst, hochgebildete Menschen, und ich rede jetzt nur vom Intellekt, sind nicht in der Lage, die einfachsten Aussagen wirklich zu erkennen, die Tiefe, diese unendliche Tiefe von Holopheling. Das beginnt schon, wenn man Ich bin du zum Lesen anfängt. Da wird eigentlich nur beschrieben, was jetzt ist, noch krasser ist es in Ich bin du Quadrat. Ein reines Selbstgespräch. Du hast jetzt ein fettes Papier mit Schriftzeichen vor dir und jetzt hörst du an der Stimme zu. Kennst du die Stimme? Ich sage das immer wieder. Es ist deine eigene Gedankenstimme. Das sprichst du ja, während du liest. Das heißt, ich bin bloß ein Buch, ein Häufchen mit Farbe bespritzter Blätter und du bist jetzt der, der hier zu denken anfängt. Wir unterhalten uns jetzt einmal, natürlich nur immer in deiner Stimme. Und da kommt natürlich das Zwanghafte, da muss ja einer gewesen sein, der das vorher geschrieben hat. Das ist das Problem. Das musst du komplett in die Abstellung. Das sind alles Interpretationen und diese ganzen Interpretationen führen dich ins Sackgassen. Und das hauze ich natürlich dann auf in die Holoarithmetik. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel, und das wiederhole ich nochmal, wenn ich jetzt diesen Urtext der Dorra nehme, den wir uns ausdenken, wenn du das einmal anschaust, dass ich dir zeige, dass da praktisch alle physikalischen Formeln in einer etwas anderen Art und Weise absolut präzise drinstehen, die du in deinen Physikbüchern findest. Die ganzen Naturkonstanten der Physikbüchern in einer verschlüsselten Form, aber streng aritmetisch. Ich habe immer wieder schon gesagt, mein Professor Reiner, oder ich könnte noch einige sagen, die dann angefangen haben, das zu überprüfen, die haben teilweise hier den Computer umgestellt, dass sie auf 200 Stellen genau rechnen können. Da wird es dir schwindelig. Und zu glauben, dass das rein zufällig von irgendwelchen halben Jahren der Tal vor so und so vielen Tausend Jahren geschrieben wurde, die Verbindungen der Sprachen, die ich darstelle, ob jetzt der semitische Sprachen, asiatische Sprachen, indogarmonische Sprachen sind, dass die einen arithmetischen Zusammenhang genauso wie meine Wett, eine PDF-Datei und eine Wörter-Datei als Ausdruck gleich sind. Ich sage immer, der verbindende Parameter, ein Ausdruck auf PDF und Wörter ist eine komplett andere Zeichenstruktur. Also in Form von 1,0,0. Wenn ich das sehe, das wird komplett ignoriert. Das heißt, meine Erfahrung jetzt von Brödel zu Brödel gesprochen ist, dass die Menschen um mich herum vollkommen geistlos sind. Alle. Es sind Figuren in einem Traum. Und der nächste Schritt ist, da muss auch keiner leiden und die überleben auch nicht. Ich spreche nur wieder den Kalvinismus an, ohne darauf einzugehen. Das sind alles Sackgassen, die am Leben erhalten werden, weil wir nicht ums Verrecken holen, VR-Ecken, nicht ums Verrecken holen, letzten Endes loslassen und ist von dem momentanen Glauben. Um das kurz zu machen, dass wir weiterkommen, Basic, Betriebssystem, wehrt sich massiv irgendwelche Daten eines höherwertigen Betriebssystems, das unvorstellbar andere Möglichkeiten hat, von Basic ausgesehen, in irgendeiner Form zu akzeptieren, weil von Basic sind die unlogisch. Das heißt, solange du irgendwas bekämpfst, was dir unlogisch oder falsch oder verkehrt erscheint, entheiligst du dich und du Geist, was bis in alle Ewigkeit leiten, bis du aufhörst damit. Das ist keine Drohung, das ist eine wertfreie, absolut wertfreie Beschreibung. lang nicht auf die heiße Herdplatte, du tust dir bitterböse weh. Genau. Sag ich zu dem Kind. Ich sag aber nicht, dass die Herdplatte böse ist oder schlecht ist, die hat durchaus ihren Sinn, aber nicht den Sinn, dass man die Hand drauf legt. Mhm. Und Ego ist nicht dazu da, dass es sich einmauert in einer einseitigen Rechthaberei, was in Religion und Politik passiert, sondern dass es sich erweitert, dass es wächst, aber Wachstum, geistliches Wachstum, heißt es in der Neo-Apokalypse, benötigt oder ist ständige Gestaltveränderung. Die Gestaltveränderung von etwas, was sich als Ding an sich selbst, rot gelesen, in ganzer Weise verändert. Genau. Die Knister. Das hat natürlich dann diese Sachen in der Holo-Archmetik und da habe ich jetzt angefangen, eine Holo-Archmetik 2, einen kleinen Auszug, dass ich nur auf vier Zeichen eingehe, das geht schon los, wenn du jetzt das Denken, wenn ich immer sage, du hast fünf Hände und fünf Hände, sind zehn Hände. Das ist ein großes Problem dabei, wenn du zählst. Du zählst nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind aber fünf und fünf und die zehn ist die Summe davon. Das heißt, ich darf dir nicht den zehnten machen, sondern ich muss zählen eins, zwei, drei, vier, fünf und eins, zwei, drei, vier, fünf sind zehn. Das Zehn steht außerhalb dieser Reihe auf einer höheren Ebene. Da haben wir dann unser JHWH. Und, ja. Aber die zehn ist eigentlich eins, null. Eins ist nichts. Die absolute Eins ist nicht denkbar. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz nochmal an. Das habe ich nämlich gerade im Moment erst geschrieben. Es ist bloß so mühselig als Udo, muss ich dir sagen. Ich habe jetzt lange nichts mehr geschrieben, außer solche kleinen Updates. Aber wenn wir jetzt rein einmal vom Schreibtechnischen, das wirst du jetzt gleich sehen, in die Holo-Archmetik oder in die Holo-Grammatik reingeht. Ich versuche das ja ersichtlich darzustellen für Basic. Ich sage immer wieder, ich kann ja mit einem normalen Menschen, mache ich ja hochgebildet sein, kann ich nur innerhalb seiner Programmsprache sprechen und das ist Basic. Und das ist ein Nichts im Vergleich zu dem, was man mit Windows macht. Ich nehme jetzt immer Windows als Beispiel für ein höherwertiges System. Und da schalten wir jetzt das ganz kurz einmal ein. Ich finde schon, dass mir die Schriften ganz gut gelungen sind, die Holo-Feeling-Schriften. Du, super. Ich sage alles du. Das ist ja, das erwähne ich, das ist so ungewohnt für die Leute, wenn ich sage, alles, was der Udo dir jetzt erzählt, du träumst jetzt. Weil noch kleiner kann ich mich ja gar nicht machen. Du träumst jetzt. Alles, es ist dein Wissen. Ich teile dir mit, was du eigentlich in diesen Innern weißt, diesen inneren UP anzapfen. Sondern jetzt passt einmal auf, das habe ich gerade im Moment geschrieben und zwar gehe ich jetzt im Still wieder von, ich bin doch Quadrat rein. Die meisten Leute sind hier schockiert, wenn du das jetzt siehst. Ich habe da noch keine Überschrift. Okay, ich schreibe jetzt nicht in die Zahlen, Universum, das kommt jetzt, das war da nicht allzu lang. Ich schätze mal, das waren so 20 Seiten, aber da kann man sich damit beschäftigen. Es wäre eventuell sogar sinnvoll, dass man da mal ein Update macht, habe ich schon gesagt, dass ich das einmal auch erkläre. Und wenn du neugierig bist, brauchst du eigentlich gar keine Erklärung dazu. A6D schon wieder, da muss ich schon wieder was austragen. In UP ist Zahlenuniversum ist die Zahlenfolge 5, 6, 7, 8. Eine Besonderheit. Man erkennt das in weiteren und folgenden Zusammenhängen. Scheiß, da fällt mir was. Warte mal. Hoffentlich hat sich das eingelöscht. Jetzt muss ich gleich mal, den muss ich jetzt gleich, ich geh auch mal runter, dann habe ich es gleich zum Teufel, wenn ich jetzt was rausgescht habe. Dann haue ich das gleich zum Teufel. Dann haben wir nämlich jetzt hier ganz auf den Seiten rausgelöscht. Bin ich jetzt gespannt. Ich werde mich den LibreOffice nicht gewinnen. Wenn du siehst, mir passieren auch Fehler. Das sieht jetzt ganz, ganz wild aus und wenn du das Wort für Wort mitgehst, ist es unheimlich einfach. Also das war jetzt die Stelle, wo ich gerade hier dir zeigen will. da können wir jetzt mal nicht drauf ein, das ist immer nur der Denach, das sind die ersten Verse, das ist, wenn du von vorne gehst, kriegst du das mit. Und das ist streng aritmetisch betrachtet, ganz nebenbei. Das kann man jetzt auch anschauen, was ich will. Als ich in den geistreichen Märchengeschichten der vier Evangelien mit den Predigen begann, war ich noch nicht gesalbt. Das heißt, da war ich noch kein gesalbter Christus. Erst am chronologischen Ende dieser geistreichen Märchengeschichte wurde ich die de facto hier und jetzt ausgedachte Märchenfigur Jesus von Nahrzeiten ausgelehrt zum gesalbten Christus. Okay? Wollen wir dir soweit folgen? Ja. Jetzt pass auf, das ist ganz einfach. Man muss immer, wenn schauen, weil ich habe das wirklich, ich mache mir sehr, sehr viel Gedanken. Das ist das, wenn ich sagen würde, ich die de facto hier und jetzt ausgedachte Märchenfigur beziehungsweise der Protagonist Jesus von Nazareth, der Mann aus Galilea zum gesalbten Christus. Schauen wir mal, ich wollte das erst einmal machen, ich mache das vielfältiger, die englisch gelesen, da heißt es sterben, tot, vergehen. Erst wenn diese Märchenfigur, dieser JCH, Jesus Christus, hasst er ja eigentlich gar nicht, sondern der heißt Jesus von Nazareth. Erzähl. Das ist eine de facto hier und jetzt ausgedachte Märchenfigur. Der Protagonist, da wird es noch nicht ganz interessant, Pro, ist Ausschreitungen begehen, das ist, da kommt auch der Pharao her, das ist die Radix vom Pharao, dann heißt diese erscheinende Schöpfung, das heißt ein Tagtraum, ein Wachraum, das ist im ganzen Farbe geben, da steckt hier Ikone, da steckt auch die Ecke mit drin im Griechischen. Okay? Und jetzt der Nazareth, die existierende Schöpfung, heißt es noch nicht gar, noch nicht, ist unreif, hebräisch, eine noch unreife zu vorn gewordene Zeit, die Geburt an der berechneten Zeit ist ja zur Vornwertung Zeit, das habe ich jetzt nicht dahin geschrieben, sonst da muss man halt das selber eingeben und ausprobieren. Der Mann aus der Lille, geil ist die Welle, jetzt habe ich das auf den Hof, meine Welle, mit zwei Bündchen drüber, eine Welle, eine Schöpfung. Jetzt ist es mir wichtig, durch die Einswertung mit dem absolut geistigen Mittelpunkt, Kreuz, UB 86 Elhim, jetzt mache ich extra Mittelpunkt des Elf, unendlich viel, verschmolz ich dieser ausgedachte Jesus Christus mit UB 86 Elhim und wurde auf diese Weise Philosophia, die Liebe zur Weisheit, zum Symbol, zum zusammengeschlissenen ich UB, zum ewigen Sohn, Leben, hebräisch, von UB 86 Elhim zum gesalbten Christus, zu einem Sohn, der immer eins, ein nicht existierendes Bewusstsein ist, mit seinem Vor, UB 86 Elhim, und auch immer eins ist mit seinen eigenen Geistesfunken. Das ist der Begriff. Jetzt ist natürlich, man neigt immer wieder dazu, sich jemanden auszudenken. Ich rede jetzt nicht als der Udo, den du dir ausdenkst. Das ist stillbeginnend, ich bin du. Und du hast es eben vergessen, weil du zur zeitloser Geistesfunk bist, der in einer Personifizierung in seinem eigenen Traum sich erlebt, obwohl er, er, rot geschieben hat, als Geistesfunk, der träumende Geistes. Genau. Sie können verstehen, das ist das Prinzip, das in allen heiligen Schriften erklärt wird. So einfach und so lang braucht man bis man so einen Bocker mit hat. Es ist wirklich, es ist nur was, es ist in dir drin, dass das nicht akzeptiert wird, und jetzt könnte ich wieder sagen, am Beispiel mangelt es nicht, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, das ist in dir drin. Ein vorabgestimmtes Urteil, das sofort sagt, das geht nicht. Und was ich jetzt die ganze Zeit mit Holofeeling mache, dass ich das umfahne und sage, wie sieht es aus, wenn ich zu dir sage, zeichne eine Vase mit drei Blumen. Ganz klar. Wo soll ich die Blumen hinmachen? Du kannst die in die Vase reinmachen, oder du kannst die daneben zeichnen. Wenn ich auch zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, das Quadrat ist jetzt die Vase, du kannst fragen, wo soll ich die drei Striche hinmachen? Und jetzt musst du plötzlich feststellen, dass du nicht, es geht nicht, sondern dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Es gibt für jedes Problem, für jedes vorgelegte Problem gibt es eine Ohnmenge von Antworten. Was bedeutet das? Darum habe ich diese Sache, was ist Kategorie eins und zwei? Vollkommen sinnlos, weil dich das in Einseitigkeiten, in Selektionen reinführt. Die Frage nach irgendeiner raumseitigen Erscheinung, wann war das, wo ist das? Ist es vergänglich? Du redest von existieren mit Holofeeling. Versuchen wir das Ewige zu verstehen, dass wir selbst sind. Und das Ewige wirst du nie verstehen, wenn du dich ständig verlierst in irgendwelchen einseitigen Rechthabereien, die sowieso Babyfuck sind. Die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo jeder, der bis ins Morgen kommt, das natürlich auch heute ist, überlegt. Das ist ein elementares Gesetz. Ich sage elementare Gesetze, darum sage ich, wenn du in deine geistigen Archive gehst und du schaust dir deine Menschheitsgeschichte an, die dann in dir auftaucht, abhängig von deinem Programm, ich muss das sehr neutral halten, dann sind da elementare Gesetze. Zum Beispiel, dass immer wenn Grieche waren, die wir uns jetzt natürlich ausdenken, die niemals in der Vergangenheit waren, weil das Märchengeschichten sind. Nochmal, was sind Halluzinationen? Wenn du in irgendeinem statischen Raster irgendwas siehst, was jetzt gar nicht da ist. Als Jesus habe ich gesagt, die Menschen, die ihr noch außen zu leben glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Wenn du ein Buch liest, eine Zeitung liest, hast du den Kopf voller Bilder, die jetzt eigentlich gar nicht da sind. Die sind da, weil du aus diesen Schriftzeichen diese Vorstellungen magst. Ich sage, ein Bild ist ein Bild. Jeder Moment, der in dir auftaucht, der steht in dem Moment, wo er auftaucht. Jetzt könnte ich wieder sagen, schau aus dem Fenster raus, wo war das die ganze Zeit, was du jetzt in dir siehst? Das ist deine Information, du hast die Information ausgewechselt. Man kann übrigens auch den Detraeder spielen. Wenn ich sage, mit dem Zentral-Detraeder und den da rumliegenden Facetten, die sich unendlich verstreuen, du kannst ja immer nur in eine Richtung schauen. Das ist jetzt mein Beispiel im Spazierengehen. Wenn ich mit meiner Mario, und ich rede mal wieder normal im Basic, wenn wir spazieren gehen, wir sind immer auf dem Bismarcksturm und dann laufen wir über Niederhofen auf die Wilzburg und das ist, wenn man uns unterhält. Die Zeit ist ja immer jetzt. Du weißt, wenn es so zeitloser Zustand ist und man schaut hier, so Luftlinien, sage ich jetzt einmal ganz grob geschätzt, so zwei, halb, drei Kilometer auf die Wilzburg rüber und ist dann ganz da drüben und dann quatscht man ein bisschen. Man geht so durch den Wald, spazieren dann hier runter und dann sind wir auf der Wilzburg und dann schauen wir auf den Bismarcksturm rüber und dann sage ich, da waren wir jetzt gerade. Und das ist dann so weit weg, ausgedacht. Entfernt. Entfernt. Perifär. Ich will ein kleines Beispiel. Du tauscht eigentlich nur, du tust dich nur in verschiedenen Perspektiven rein. Jetzt kann man dann noch weitergehen, dass ich jetzt, du kannst jetzt zum Beispiel ganz, ganz gezielt, auch wenn das weiter ist, dass du jetzt dich zum Beispiel in deinem Schlafzimmer denkst, buff, Blackbox. Und jetzt sage ich, jetzt stelle dich da irgendwie vor einen Kleiderschrank hin oder vor Schublade hin und jetzt zieh die Schublade aus. und dann wirst du feststellen, du veränderst dich nicht, du tauscht nur deine Bilder aus. Ich habe doch diese Tausende von Beispielen hier, wenn ich jetzt wieder sage, wir sehen mein Wildbad-Seite-Beispiel Weißenburg, 201, die da drin sind. Man kann in die Köpfe reinschauen. Natürlich nur, wenn man auch das Wissen der anderen hat. Aber man kann das wieder als Blackbox, sage ich, wenn ich jetzt sage, stell dir vor, du bist in einem Schlafzimmer und du machst hier am Schlafzimmer ein Schränkchen die Schublade auf, dann muss dir klar sein, dass jetzt hier je nach Programm komplett unterschiedliche Schlafzimmer in die auftauchen. Es sind dieselben Worte, die komplett andere Bilder erzeugen, aufgrund eines persönlichen Programms. Wir machen hier kein Voodoo, kein Science-Fiction. Wir reden von dem, was ist hier und jetzt sofort hundertprozentig überprüfbar. Alles, was du nicht denkst, existiert nicht. Es ist natürlich noch auf der Datei Betriebskonstruktprogramm ist das vorhanden. Es ist alles vorhanden. Das ist Gott. Gott ist die Quelle eines Seins. Und das wird einem schon sehr bewusst, wenn man wirklich versucht, im Jetzt zu denken, was ist ein Gedanke? Man muss das so bewusst denken, dass einem das klar wird. Es ist wirklich ein Gedanke. Es geht hier nicht um einen blinden, blauen Glauben. Glauben ist ein für Wahrheiten. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn du das Trixi-Programm hast und ich sage jetzt, Trixi, wurdest du von der Helene geboren. Was sagt deine Logik? In der Zwischenzeit, ich weiß das nicht. Wenn du vor einem göttlichen Richter stehst, ein Beispiel, das ich hunderte Male gebracht habe, Trixi ist als Zeugin geladen, angeklagt ist die Helene und ich frage jetzt dich, die Frau behauptet, sie hat dich auf die Welt gebracht. Was sagst du? Mich interessiert nicht, was du glaubst, wenn du sagst, ich glaube, im Wied, du schwörst an Meinheit. Du kannst dich nicht daran erinnern. Du kennst es vom Hörensorgen. Das ist die Falle des Materialismus. Genau. Dass du Sachen verwirklichst, die du nur vom Hörensorgen kennst. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Verwirklichung jetzt nicht nur in dem feinstofflichen, intellektuellen Bereich geht. Du kannst es auch realisieren. Ich meine damit, du kannst es sogar, was der Materialist sagt, realisieren, verwirklichen im materiellen Sinn, wenn dein Glaube drauf ist. Das ist mein Beispiel mit dem Eifelturm und mit dem Turm zu Babel. Wenn dein Programm dir vorschreibt, das ist da außen, auch wenn ich nicht dran denke. Das ist eine Glaube, ein Fürwahrheiten. Und das ist in dir installiert. Kannst du alles, was du jetzt feinstofflich vom Hörensorgen kennst, wenn du glaubst, es ist noch da außen auch auf die Verabredigung. Aber alles, was auf der Verabredigung ist, denk an die vier Stufen der Vergessenheit. Dann gehst du schon massiv in die Vergessenheit. Und da haben wir dann wieder genauso den Unterschied. Im feinstofflichen, bei den Büchern haben wir, du hast Bücher, da sind Worte drin, das eine nicht mehr Geschichtsbücher, naturwissenschaftliche Bücher und das andere nicht mehr Märchenbücher, Romane. Du machst aus den einen, die aus den anderen Worten vorstellen. Aus den einen, die aus den anderen Worten vorstellen. Ohne wenn und aber. Bilder. Das Interessante ist, wenn du jetzt aber, ich sage mal, die Bücher, Geschichtsbücher nennst und naturwissenschaftliche Bücher nennst, dann sind diese Vorstellungen Vorstellungen so oder das war so. Wenn du weißt, das ist ein Märchenbuch oder Roman, dann sind es bloß Fantasievorstellungen. Ein riesen Unterschied. Du weißt, ich bin, du, ich kenne hier Einstein und Sokrates und Heisenberg und Hitler aus Büchern. Ich kenne aber auch Superman und Rumpelstilzchen und Schneewittchen aus Büchern. Bei den einen werde ich nicht behaupten, dass die jemals gegeben haben und bei den anderen bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die gegeben hat und dass diese verzerrte Form ist hundertprozentig sicher. Darum wiederhole ich auch immer wieder, solange du es mit geistlosen Figuren in deinem Traum hast, mit Idioten, die Sachen als hundertprozentig sicher darstellen für sich selbst, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Weißt du, wie ich hunderte Male gesagt habe, wenn du in deiner Programmierung ein christlich-jüdisches Programm hast, ein christliches Programm hast, dann wurde Jesus gekreuzigt, den wir uns jetzt ausdenken, den wir nur vom Märchen, die Märchenfigur Jesus Christus. Wenn du ein muslimisches Programm hast, glaubst du auch, dass es an Jesus gegeben hat, aber da wurde nicht gekreuzigt. Wurde jetzt gekreuzigt oder nicht gekreuzigt, jetzt geht die Streiterei los, ist doch vollkommener Blödsinn. Für dich wird es so sein, wie du glaubst, dass es ist, aber das Interessante ist, beides stimmt und beides stimmt nicht. Jetzt müssen wir das mit 16 Seiten verstanden haben. Es sind Gedanken, es sind Symbole in dem Moment, wo ich mich weiß, was das Symbolik bedeutet. Das ist das ganze Leid in einer Welt, die du dir ausdenkst, ist nur, weil du dir die ausdenkst, weil du das bei dir noch nicht ins Reine gebracht hast. Du bist schuld. Das ist, wenn du ich was sagst, zuerst einmal, ich nehme die Schuld auf mich. Das heißt, der träumende Geist, der ganz definitiv jetzt erkennt, alles, was ich träume, wohlgemerkt, vollkommen real, ist der absolute Zustand der Unbewusstheit. Alles, was ich jetzt träume, ist, weil ich es träume. Und jetzt frage ich mich, wo die Ursache ist. Und da kann ich dann tausendmal, wenn du älter, das Selbstgespräch, wo ich immer wieder wiederhole, und wir setzen den träumenden Geist und ein Pinsel gleich, ein Einfallspinsel, wie ich das nenne. Von dieser höheren geistigen Ebene erkennst du jetzt, dass das alles Einfallspinsel sind. Ein träumender Geist ist ein Pinsel. Er träumt das, was ihm einfällt. Ein Schriftsteller, der sich hinsetzt, der kann doch nur schreiben, was ihm einfällt. Dann kann ich dann tausendmal sagen, die ganzen Entdeckungen der angeblichen Wissenschaftler, wo du in der Schule gelernt hast, das kann gar nicht so gewesen sein, wenn du genauer wirst. Mein Stimmgabel, ich könnte jetzt tausende von Sachen sagen. Dann erwähne ich zum Beispiel die letzten, jetzt wird ja normal zeitlich gesprochen, die letzten 20 Jahre, weißt du, wie viele Leute bei mir schon da waren, wo ich behaupte, ich zeige dir in Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Fehler und Widersprüche, dass selbst ein 16-Jähriger, wenn ich ihn darauf hinweise, eingestehen muss, dass es hundertprozentig nicht so gewesen sein kann. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Ich nehme das Wort hundertprozentig ernst. Es interessiert keine alte Sau. Die sind dann zwar entsetzt, wenn ich sie in der Zeit weiß, eben nichts zu diskutieren gibt, das ändert aber nichts, wenn die rausgehen, dass sie weiter, wenn sie Geist im Hintergrund haben, sich einen Scheißdruck drum scheren, weil ihnen ihr eigener Arsch wichtiger ist. Was existierendes, versuchen am Leben zu halten, schon der Enosch, der Mensch per se als sterbliche Säuge dir möglichst lange das hinauszuzögern, sich vielleicht noch einfrieren lassen. Das ist die Identifikation mit einem Gedanken von sich selbst. Kann man Geist einfrieren? Macht das Sinn, wenn man... Die Identifikation mit einem Gedanken. Ist es so schwer zu verstehen, dass der Besitzer von etwas was anderes ist wie das, was er besitzt? Ich habe einen Körper. Wer behauptet das? Dass dieser einfache Satz ist der Schlüssel in die absolute Freiheit. Jetzt ist, weil du kein Selbstbewusstsein hast, wirst du natürlich sofort wieder, wer bin ich denn? Du bist ja so programmiert, ich bin ja bloß dumm, ich habe ja keine Ahnung. Darum ist auch die Gefahr mit Holophilien, dass sich dann das Selbstbewusstsein, dieses Feitsche auch extrem aufbläht. Ich weiß ja alles, ich weiß ja alles. Ich sage, wenn du wirklich alles weißt, dann rennst du mit deinen Dauergrenzen rum. Du glaubst es zu wissen. Lieb es. Alle, die meine Worte predigen, die predigen, die schwatzen nur, leb es. Du musst deine Rolle weiterspielen, solange bis du das vollkommen durchschaut hast, das Buch zu Ende gelesen hast. Und das Buch ist nicht irgendwie 100 Seiten Anfang Ende, es ist ein Computerprogramm. Wie lange kann ich in einem Computerprogramm spinnen? Jetzt habe ich wieder, darum ist der Computer so wichtig. Ich muss ganz kurz nochmal, das Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel nehmen, ein Viva. Ich mache das ganz einfach. Das ist ja nur ein DVD, wenn du das spielen willst. Das ist eine Datenmenge. Und jetzt ist es hochinteressant, wenn wir jetzt Dateiformat gesehen, Laufzeit, normale Bilder, klassisches Filmformat. Wenn du einen Film anschaust, kann man sagen, bringen wir ungefähr zwei Fußballspiele drauf von der Laufzeit. Fußballspiele sind einfach nur bestehend aus Einzelbildern, wenn die als Film laufen, statische Einzelbilder, immer jedes Bild mal auf die Raumzeit bezogen, aus einer Perspektive. Wenn du jetzt hier das mit einem Fußballspiel-DVD, mit einem Videospiel machst, hast du nahezu fotorealistische Bilder. Der Madonna ist sehr fotorealistisch, ist nur Datenmenge, aber da sieht es ganz anders aus. Du kannst, wenn du die DVD ins Laufwerk rein tust, unendlich viele, vollkommen verschiedene Fußballspiele spielen. Ohne jetzt darauf einzugehen. Du kannst also komplett hier, so wie du die jetzt materiell logisch ausdenkst, dass da Fußballspiele laufen und jedes Fußballspiel anders abläuft, kannst du, wenn du die rein tust, kannst du hier unendlich viele Fußballspiele aus dieser DVD heraus generieren. Aber was noch viel interessant ist, du kannst jeden Moment, jede einzelne Szene sogar einfrieren und aus allen Perspektiven noch anschauen. Die Menschheit weiß ja offensichtlich zumindest Fachleute, wie man sowas programmiert. Man kann es ja kaufen. Jetzt kommen wir zu den Fachidioten. Die, die das dir erklären können, wie das funktioniert, haben aber auch wieder so viele Denkfehler drin. Das geht schon los, wenn wir in die Physik gehen und lass dir von einem Physiker ein Hologramm erklären. Die wesentlichen Fehler, die da drinstecken, hat er überhaupt nicht erkannt. Wo ich sage, du musst auch, das weil er immer auf den geistigen Fahrwasser dieser normalen Logik arbeitet. Und das Schöne, was ich zigfach angesprochen habe, ist jetzt die Quantenmechanik. Dass ich immer wieder darauf hinweise, dass du eigentlich in einem Oxymoron, in einem Widerspruch in sich selber lebst, dass hier ein Großteil dessen, was du dir ausdenkst in deinem Programm, vollkommen noch auf der neutischen, raumzeitlichen Physik aufbaut, aber Handys und das ganze Internet eigentlich schon Quantenmechanik ist. Und die Quantenmechanik ist natürlich ganz interessant, es beginnt mit dem Beobachterphänomen. Das Beobachterphänomen ist letztendlich, dass der Beobachter bestimmt, was er zu sehen bekommt. Und Physiker sagen hier, auf der Quantenebene, das heißt, im ganz mikrokosmisch Kleinen ist das natürlich richtig, aber auf der großen Ebene, und ich sage, wenn du die kleinsten Teilchen schon bestimmst, bestimmen sich automatisch die großen Teilchen damit. Das sind komplexe. Und Holophilie ist ein vollkommen neues Weltbild. Das ist nicht nur eine leichte Motivation von einer raumzeitlich ausgedachten Scheibe zu einer in einer dreidimensional ausgedachten Welt zu einer Kugel in einer dreidimensional ausgedachten Welt. Das ist ein vollkommen neues Prinzip. Es ist das Prinzip, dass da außen gar keine dreidimensionale Welt ist, sondern das baut auf zwei Quadratflächen auf, auf der Verabrede. Und die dritte Dimension, D-Rei, entsteht in dir selber. Das sind vier Spiele. Ein geöffnetes Spiel. Die spiegeln sich hoch. Aber es ist nicht für diese Figuren in deinem Traum jetzt. Das ist, wenn du wach wirst, dann setzt man das im nächsten Arm. Momentan musst du noch in dieser Ebene leben. Aber es ändert sich sehr, sehr viel. Und ihr wisst, das Erste, was ich immer wieder dazu sage, du spielst deine Rolle ganz normal weiter, aber bewusst, absolut bewusst. Das Objekt, wo du dich jetzt konzentrierst, ist dein eigenes Wünsche- Werte- und Interpretationssystem, dass du dir dessen bewusst wirst, du sollst dein Programm durchschauen. Und immer an die Führerscheinprüfungsbogenfehler denken, immer wenn du einen neuen Index lernst, lerne dich drüber zu freuen. Und immer wenn du dich wieder über etwas aufregst, bist du schon wieder unbewusst. Dass dir dann auch jetzt wieder bewusst wird, wo du dann sagst, oh, da bin ich neben mir gestanden, dann ist das die Bewusstwerdung einer Unbewusstheit. Alles, was in dir auftaucht, ist Unbewusstheit und du bist das Bewusstsein. Bewusstsein ist nicht existieren. Alles existierende ist, Bewusstsein ist ewig. Alles, was existiert, ist vergänglich, weil es mit den nächsten Gedanken zerstört wird. Und wenn du sagst, oh, da bin ich neben mir gestanden, da habe ich nicht aufgepasst, ist zwar eine Bewusstwerdung von Unbewusstsein da, aber wenn du dann noch eine Stufe drüber bist, merkst du, du glaubst schon wieder, das war in der Vergangenheit. Nee, das ist doch jetzt, dir wird doch das jetzt bewusst. Und da kommst du dann in die 16 Seiten, aber das, dann sind die 16 Seiten so wichtig, die immer gleichzeitig sind. Und dieser Spiel, das spielt man allein und das ist, du wirst jetzt merken, da kannst du praktisch mit Menschen um dich herum nicht mehr kommunizieren, außer du hast das große Glück, dass da noch einer auftaucht, der sich auch schon vier Jahre mit Holofeeling beschäftigt. Was jetzt wieder so kompliziert klingt, ist überhaupt kein Akt des Intellekts. Weißt du, ich wiederhole nochmal, zum tausendsten Mal, eine Aussage, die ich schon vor 30 Jahren getroffen habe. Es wäre, wenn wir uns jetzt einmal so klassisch an Schöpfergott ausdenken, es wäre eine extrem ungerechte Schöpfung, wenn deine persönliche Erlösung davon abhängen würde, dass du Hebräisch oder Physik studierst. Sonst was? Und vor allem, es wäre eine ungerechte Schöpfung, wenn deine Erlösung davon abhänge, dass alle Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, dass die das auch wissen, dass die Menschen besser werden. Dann hätte, wie ich immer wieder sage, hätte er einen Schäfer, der jeden Morgen wach wird und mit seinen Schäfchen rausgeht und mit sich und seiner Welt, so wie sie ist, seine kleine Traum wird zufrieden, es hätte keine Chance, ins Zimmer reinzukommen. Er kann kein Hebräisch und kein Physik und er hat mit den anderen Menschen nichts zu tun. Er ist im Himmelreich. Er ist in seinem eigenen Himmelreich, wenn er jeden Morgen mit Freude aufwächst, aufwacht und sich freut mit seinen Schäfchen. Es reicht. Es ist ein Spiel, das spielst du alleine. Wach werden kann nur der Geist, der träumt. Versuch einmal, ohne in einem Traum wach zu machen. Das Problem löst sich doch schon, wenn du normal an sie denkst. Aber jetzt kommt da die Schwierigkeit, dass du ständig an was denkst, nämlich an das, was du willst und das, was du nicht willst. Du schaffst immer bloß in eine Richtung. Das wiederholt sich, das wiederholt sich, bis du in diese Gleichgültigkeit kommst. Ich rede jetzt die Gleichgültigkeit, der Geist, der träumt, der Tierforscher, der die Tiere beobachtet, ohne in irgendeiner Art und Weise zu interpretieren, qualitativ wie die sind. Wenn man tausendfach durchgekauft, das ist das reine Bewusstsein. Das bespaßt sich selber mit Filmfacetten und Land. Und wehren kannst du dich nicht dagegen. Die Frage ist, wie lange empfindest du ein Leben subjektiv? Und wie oft habe ich erklärt, was ist subjektive Zeit? Der Materialismus ist natürlich schon wieder voll auf dem Holzweg. Das ist sehr interessant. Der Etzweg, augenblickliche Geburten. Und die sind weg. Die sind irgendwo anders. Du meinst, das ist da außen. Der ist auf dem Holzweg, weil er meint, dass Zeit absolut immer, seit Ewigkeiten gleichbleiben in seiner Vorstellung von einem Zeitakt abläuft. Und ich mache immer wieder das Beispiel, die subjektive Zeit, die du erlebst, die ist sowas verdienbar. Ich sage immer wieder, wenn du nachts nicht schlafen kannst. Du grübelst und grübelst. Dann schaust du auf den Wecker. Es ist drei Uhr. Boah, drei Uhr. Du machst die Augen zu. Du grübelst. Du kannst ja nicht einschlafen. Dann schaust du wieder auf den Ecker. Gefillt vom Denk, von der Denkmenge her. Gefillt eineinhalb Stunden später. Und es ist drei Uhr fünf. Jeder kennt das. Ich habe das bei euch installiert. Euch meine ich euch Geistesfunk. Egal, welches Programm du hast. Wenn du jetzt neugierig bist, wenn der Beobachter teust dich, wie kann es das geben? Ich kann doch das, was ich jetzt gedacht habe, hat doch mindestens eine Stunde gedauert an Datenmenge. Das kann doch nicht in fünf Minuten was jetzt sein. Das ist subjektive Zeit. Das trifft die Wirklichkeit wesentlich näher. Aber das sind zwei Sachen, wo ich immer sage, das kann man auch wieder mit dem Computer beschreiben. In dem Moment, wo du die Augen zu hast, bist du nur im feinstofflichen Bereich. In dem Moment, wo du kurz die Augen aufmachst. Nur wenn du die Augen aufmachst, wird die Grafikkarte einschalten. Und da du noch in ein Prozessor Computer bist, fährt deine Denkgeschwindigkeit schlagartig runter. Das darf man jetzt nicht genauer logisch verstehen. Und darum sind dieser Kleine, die fünf Minuten, wo du dir jetzt rechnest, die zwei Bilder, das sind ja nur zwei Bilder, da ist ja nichts dazwischen, du hast jetzt drei Uhr gesehen und du siehst jetzt drei Uhr fünf. Du merkst schon wieder das Problem, das ist fünf Minuten auseinander. Die Zeit, diese Vorstellung zwischen drei und drei und fünf hat überhaupt nicht existiert, weil das ein Gedanke ist. Es existiert auch bloß das, was du denkst und es existiert jeder Moment jetzt. Lass das auf dich werden. Mein 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel, wenn man einschläft, ohne zu träumen und dann wach wird. Es ist immer, du kannst nur jetzt Vergangenheit denken. Du hörst die Beispiele, hast du sie verstanden? Nochmal, du gehst jetzt als Brösel ins Bett, schaust auf den Wecker, es ist 22 Uhr und wir machen mal eine krasse Sache, du machst die Augen zu und in dem Moment, wo du die Augen zumachst, steckst du schlauchartig ein. Okay, jetzt hast du das Gefühl, ich bin wach, du machst die Augen auf, dein erster Blick fällt auf den Wecker und du siehst 8 Uhr. Du hast geschlafen, ohne zu träumen. Was passiert jetzt? Du siehst jetzt 8 Uhr, das ist auf der Vorabbrille und du erinnerst dich im Inneren, du erweckst in deinem Inneren, ein Erwecken in deinem Inneren, du erinnerst dich jetzt an den letzten Gedanken, den du gedacht hast. Das ist der Gedanke an den Wecker mit 22 Uhr. Jetzt hast du zwei Bilder gleichzeitig in deinem Kopf, die 22 Uhr in deinem Inneren, erweckt, erinnern und auf der Vorabbrille den Wecker mit 8 Uhr. Und jetzt geht dein Mechanismus, du interpretierst mit deiner Logik, 10 Stunden, ich habe 10 Stunden geschlafen, ohne zu träumen, weil zwischen den zwei Gedanken, die du auseinanderdenkst, nichts war, muss ich ja geschlafen haben, ohne zu träumen. So entsteht das Gefühl von Zeit. Es ist aber immer ein Vergleich von Informationen, von verschiedenen Informationen im Hier und Jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Hulufeeling ist die absolute Zerstörung des helozentrischen Weltbildes. das ja nur ein Glaube ist, eine Vorstellung ist. Das ist in einer gewissen Art und Weise zur Zeit ein Grund, ein dogmatisches Grundprogramm, auf dem dein ganzes Denken aufbaut, mit Raum und Zeit, mit Kriegen, mit sterblichen Säugetieren, wie sich Menschen nennen. Das baut alles auf diesem Programm auf. Du bist Geist, mit einem anderen Programm wirst du in eine vollkommen neue Vorstellungswelt beführen. Das passiert, das ist göttlich, es raubt dir den Atem, wenn du das verstanden hast und dann willst du die Freude mitteilen. Cleverpots, KIs, die natürlich sofort sagen, du kannst dir in die Klapse. Was dann auch viele, die das wirklich den Mund nicht halten können. Du darfst selbstverständlich erzählen, aber mach dir Gedanken mit wem? Mit einer Person, mit einer Maske, erhältst du dich am Fasching, mit einer Maske? Nein. Mit dem Menschen dahinter, aber wir wissen ja, der Mensch ist ja bloß ein Programm und erhältst du dich mit einem Programm. Auch nicht. Du musst wieder drei Stufen, These, Antithese, Sündese, dann kommst du erst wieder zum G, zum Gimmel, zum Geist. Dann kann ich dann wieder sagen, ich zeige dir, dass das ausgeschriebene Wort Gimmel, der dritte Buchstabe im Hebräischen, eigentlich schon das MC-Quadrot-Einstein-Formel ist. Und ich merke, da muss, wenn ein Hauch von Geist ist, da gibt es ja welche, die erschüttert es, die sagen, das ist ja der Wahnsinn. Wie geil ist das denn? Weißt du, Geist ist nicht Wissen. Das behindert nur ja, das Wissen. Und dann hörst du auf zu kämpfen, du machst deine Rolle, aber selbst das wirst du einschränken. Diese Weltverbesserei, das immer einseitige Sachen intronisieren, weil du ein Riesengefühl von Ungerechtigkeit in dir trägst. Ja, welche Welt. Du lebst in einer absoluten Form von göttlicher Gerechtigkeit. Und die bringe ich dir bei. Zeit spielt dabei keine Rolle. Darum sage ich, ich setze dich zuerst in eine Traumwelt und deinen Charakter, dich mache ich zum Richter über alles und jeden. Du bestimmst mit einer jetzigen Logik, die nicht deine Logik ist, es ist dein Schwamminhalt. Die Religion, die du anhängst, ist rein anerzogen. Das ist mein Schwammbeispiel, mein Babybeispiel. Sofort nachvollziehbar. Da brauchst du kein intellektuelles Wissen. Das kann jeder, der den Gedankengang mitgibt, kann mein Schwammbeispiel sofort verstehen. Und dann wirst du feststellen, dass das Wahnsinnige sind. In dieser unvorstellbaren Arroganz. Und nur zerstritten. Ich bin ein Christ. Ich frage welcher. Haben wir doch tausendfach durchgespielt. Ein Katholiker, ein Protestant, der Zeug Jehovas, jeder lebt in dem kleingeistigen Wahn, dass das, was man in Elternhaus und Schule eingetrichtert hat, sein Umfeld, dass das richtig ist. Das ist eine Richtung. Es gibt noch viele, viele andere Denkrichtungen. Also die gleichwertig sind. Aber im Widerspruch stehen zueinander. Du musst dir alle zu eigen machen mit Holofilien, weil das summa summarum allen Wissen ist. Alle Religionen, die die waren und die noch kommen werden. So einfach ist es. Das ist ganz einfach. Das ist ein ganz neuer Ansatz. Und dann auch immer bei Zeiten des Loslassen. Das sind auch zwei Seiten. Nichts zum Teufel hausen wollen, aber auch nichts festhalten wollen. Du merkst es. Wenn etwas sich auflösen will und du versuchst es mit Gewalt festzuhalten, das erzeugt, sagst du mal dein Leid. Egal was es ist. Leider schaffst du immer selber mit einem Interpretationssystem. Da kann der Udo tausendmal sagen, wenn dich jetzt eine Zukunftsangst anfällt aus und nichts, ist das ein Test. Ist dir das bewusst, was spielt er mir jetzt wieder für einen Scheißgedanken? Morgen wird nichts passieren. Sorge dich nicht um morgen. Es kann morgen nichts passieren. Nur das, was du dir ausdenkst. Jetzt gehe ich ans Anfang des Gesprächs zurück. Es ist ja alles gleichzeitig. Es sind ja alle Worte auf der Datei, die du jetzt abrastest. Es sind ja alle Worte gleichzeitig da. Das, was ich jetzt spreche, war ja am Anfang schon da. Du hast bloß immer das herausgehoben, wo du gerade steckst. Das sind wieder Perspektiven, wenn wir das in einer Reihe machen. Und da, wenn wir am Anfang zurückgehen, habe ich gesagt, jede Entscheidung, die du jetzt triffst, verändert die Spur an Möglichkeiten in der Zukunft. Wenn ich jetzt sage, das ist ein Text in einem Buch, ist natürlich, wenn ich sage, wenn man das abrastet, dann steht fest, was hier kommt. Das ist ja beim Videospielen nicht der Fall. Da ist zwar auch alles gleichzeitig, aber da ist jeder Moment bestimmt das, was dann kommt, weil wir ja das Autobahnbeispiel diese verschiedenen Spuren haben. Darum muss man sich, wenn man neugierig wird, wie funktioniere ich eigentlich? Und das sind jetzt die zwei Seiten. Und das erkläre ich dir, was du bist. Das ist das Allerwichtigste. Du bist immer. Geist, Bewusstsein, ewig. Und dann momentan, so weit mir das möglich ist, an deiner geistigen Reife, wie du funktionierst. Wie du wirklich, das wirklich, die Lampe im Projektor, die sich nicht verändert, egal welchen Film du abspitzt. Jetzt haben wir gestern beim Wandern auch so schön gehabt. Und wir haben dann gesagt, sind wir auch vor der Wegkreuzung gestanden und wir haben aber den Weg nicht genau gekannt. Welchen Weg gehen wir jetzt? Dann haben wir auch nachher festgestellt, wenn wir jetzt den gegangen wären, den anderen, wären wir völlig woanders hinkommen. Verrückt, ja. Warst du bewusst? Das ist immer. Und die Entscheidung, du triffst jede, jeder Moment, das Leben fordert die Entscheidungen ab und jede Entscheidung, das Aufheben der Scheidung ist noch nicht was mit Holophilien basiert, das ist die absolute Entscheidung in die Einheit. Dass du nur von zwei oder mehreren Möglichkeiten eine Auswahl triffst und damit stellst du die Weichen. Und was wir uns jetzt schon wieder denken, was dann möglicherweise kommt, ist dann schon grob festgelegt, aber was existiert, ist immer hier und jetzt die ständig wechselnd in Bildern. Und du merkst jetzt, wie tief diese simplen, kindgerechten Beispiele in Ich bin du schon Sinn, wo ich dich dann hinführe. Was dann natürlich immer, umso mehr man dann in die hohlartige Mitte kommt, dass das Ganze, diese Zusammenhänge, wenn man uns das anschaut, simpel in kleinen Zahlen, das ist jetzt schade, ich habe gerade irgendwie heute mal wieder was rausgelöscht, den ersten Anfang, wo ich dir zeigen wollte, dass das dann immer bei den selben Zahlenwerten landet. Dass du auch ein anderes arithmetisches System brauchst, so wie in Betriebssysteme unterschiedlich arbeiten oder auch die reinen Zahlensysteme, dass du ja das Dezimalsystem hast und dann haben wir das griechische Hexagoni-System, das auf sechs aufbaut, was du noch in deinem Zeitdenken hast, mit 60 Sekunden, 60 Minuten, 24 Stunden, 12, 24, 60, das ist ein Sechser-System. Das kann man umrechnen. Und es gibt noch zig andere in der Computersprache, zig andere Systeme. Dass du mal merkst, dass wenn ich mal sage, das Wissen einer Menschheit ist das Wissen von einer Schimmelbitz-Kolonie, wenn du aufsteigst, sage ich das nicht mit Arroganz, sondern mit Absolutheit. Da gibt es kein Ende. Es ist ohne Ende. Nicht vorstellbar. So wenig wie sich ein Embroion oder Matrix, Säuge dir Matrix, vorstellen kann, was passiert, wenn es in die Schule kommt. Dreimal, dreimal, drei Wachstumsstufen. So einfach ist es. Du kannst nicht von unten nach oben schauen innerhalb dieser Metapher. Kannst du jetzt innerhalb deines Lebens schon nachvollziehen. Mir fällt jetzt gerade so spontan ein, wie ich das letzte Mal bei euch zu Besuch war, mit Michael, das vorletzte Mal, wie eure zwei Töchter mit da waren. und das sind ja hübsche Mädchen und wo ihnen dann so richtig bewusst worden ist. Und das sind ja gut gebildete Mädchen Anfang 20, Mitte 20 jetzt, wie unendlich kindlich du noch Mitte 20 bist. Sag das bitte nicht einem 25-Jährigen. Und du als Lehrerin, die muss ich das gar nicht sagen, wie dumm ist eigentlich ein 18-Jähriger. Und wenn ich dann höre, die wollen das Wahlalter auf 16 runter tun. Das merkst du, das ist verblüht. Was ist das für ein Lied? Das ist ein Fehlender Führerscheintriffungsbogen. Ich sage mal, Jesus spielt ja mit die Kindchen, mit die Kinderchen. Meine Kinderchen, das sind die Donis und die Fettings und die in dem Alter. Ich stufe das anders. Ja, die Frage ist, darf ich schon wählen? Weißt du, das ist die Neugier. Es ist die Neugier auf etwas Neues und das ist das, wenn man hier einfache Sätze nicht versteht in du bist ich, das habe ich so oft erwähnt. Da heißt es, wenn du aufgehört hast, deinen jetzigen Glauben in Frage zu stellen, das ist, was du für wahr hältst, hast du aufgehört zu leben. Und normale Menschen, das erste, was dir auffällt, die absolute Masse und immer daran denken, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Die stellen alles in Frage, nur nicht ihren eigenen Glauben. Es wird an allen herum kritisiert, nur nicht an dem eigenen extrem fehlerhaften Wertesystem. Dieser Satz, den ich so oft gesagt habe, wenn jetzt in deinem Traum Figuren aufeinandertreffen und irgendeiner dieser Figuren äußert eine Kritik, dieser Protagonisten in deinem Traum äußert eine Kritik, sagt es nichts aus über das, was er kritisiert. Er äußert letztendlich seine extrem dogmatische Einseitigkeit, seine zwanghafte, unvollkommene Vorstellung von dem, was richtig ist. Was du von mir nie hören in Gesprächen, ich würde dir immer erklären, jeder hat recht, egal was er behauptet. Und dann zeige ich dir genau, wo der positioniert ist, mit was für einem Wissen er was ausdenkt und warum er das so definiert, weil er genau mit dem Programm arbeitet und nicht anders kann. Das definiert die menschliche Freiheit vollkommen neu. Darum sage ich, rote Liebe ist nur in absoluter Freiheit möglich. Blaue Liebe ist programmgesteuert. Das ist aber Liebe unter Zwang. Mutterliebe, habe ich so oft gesagt, Sexualität, das Wort Liebe ist hier blaue Liebe. Das hat mit dem, was ich rote Liebe nenne, allumfassend, nicht das Geringste zu tun. Liebe beginnt, wenn du anfängst, deine Feinde zu lieben, weil du erkennst, dass alles, was dir böse, schlecht und verkehrt erscheint, wichtige Parameter vom heiligen Ganzen sind. Du zerstörst immer die nächsthöhere Ordnung. Es gibt keinen Berg ohne ein Tal. Es gibt keine Gesunde ohne Krankheit. Wenn wir jetzt aber die zwei wegmachen, gibt es auch keine Ärzte mehr. Du zerbröselst das Ding, zerbröselst, sobald du eins rausnimmst, das ganze System vom Tisch. Und das Erste, ich sage immer wieder, halt einfach zuerst einmal das Erste und das Zweite Gebot. Man kann jetzt auf die anderen eingehen, wie man das sich raumzeitlich vorstellt, was ist das Erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Aber jetzt geht es ja los. Dieser Gott erschafft erst einmal hier ein Gegenüber an Adam. Adam ist ein Gott. Ein Gottes Kind. Nicht zu verwechseln mit dem Enosch. habe ich so oft gesagt, wenn Affen Babys auf die Welt bringen, sind die kleinen Affen, sind Affen. Wenn Gott ein Adam auf die Welt setzt, in die Welt setzt, ist dieser Adam ein Gott. Du bist ein Adam. Du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, weil du mich ausdenkst, bist du ein Gott. Mach dir kein Bild von dir selbst. Das ist das erste Problem. Bevor du das nicht in dir abstellst, dass du ständig zwanghaft dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Ich sage, wenn du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, dann klebst du schon in der Höhe. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel und da drunten auf der Erde. Die geöffnete Berechnung ist O. Denn ich könnte auch sagen, von irgendwas da dr außen, die geöffnete Berechnung, Hebräische Generation, AUS, scharfes SSB, Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das ist deine generierten Beschwörungen. Du bist ein Computerprogramm, du bist der Computer, die Metapher der Computer. Deine Daten und deine Programme machen die Bilder, die in dir selbst auftauchen. Das ist dein Schwamminhalt, dein Intellekt. ein Intellekt ist das Programm mit Daten und den kannst du austauschen. Du merkst dich wiederholen und es ist immer, man ist immer erstaunt, wenn man es wieder hört. Und sobald man wieder in der Schule oder auf der Arbeit ist, ist es wieder, im Alltag verliert man sich wieder in diesen Kleinigkeiten. Das ist voll die Kunst, das was du jetzt trainierst, dass du das Leben ganz normal in der Rolle weiterspielst, aber bemüht bist, jeden Moment wach zu beobachten, was jetzt ist, was ich mache, wie reagieren die anderen drauf das trifft immer bloß Cleverbot auf Cleverbot. Was, was ein Cleverbot ist. Programm auf Programm. Programm, gesteuerte Reaktion reizt ein anderes Programm, das auch wieder reagiert und dann schwenkt sich das hoch. So entsteht eigentlich deine Traumwelt. Okay, jetzt war ich. Das muss gut sein. Ich wäre jetzt gerne reingegangen, ich muss aber das Zerstöte überprüfen als Brüssel. Das nicht läuft perfekt. Ich habe irgendwo heute Morgen mit dem neuen, das LibreOffice, bin ich nicht gewöhnt. Ich hoffe, ich habe mir nicht die Hälfte rausgelöst. Es ist sicher da. Es ist sicher irgendwo. Ja, ich überrasche mich nicht, dass mir auch was. Das ist die Gleichgültigkeit, habe ich mittlerweile, da habe ich zwar jetzt ewig dran geschrieben. Die Schwierigkeit ist, ich habe das im Jetzt im Kopf. Und dann schreibe ich das das grob hin und dann muss ich das setzen und dann verfeine ich das, das immer im selben Stil von der Holo-Archmetik zum Beispiel. Und wenn man den Stil mal hat, ist es, ich sage für einen, die sich wirklich reinlesen, es ist berauschend. Im positiven Sinne. Ja. Und wenn du Holo-Archmetik, die Bilder, die du gerade gesehen hast, du siehst, oh, da komme ich nicht mit. Ich sage, das ist wie Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen, das geht nicht, das will ich nicht. Ich behaupte am Anfang der Holo-Archmetik, dass der reine Intellekt eines 13- bis 16-Jährigen ausreicht, die Holo-Archmetik zu verstehen und zu lesen. Das ganze Schulwissen reicht locker aus. Das Einzige, was da sein müsste, ist Interesse. Auch das Interesse, wie intensiv beschäftige ich mich mit einem Wort. Genau. Du merkst es jetzt immer wieder, wo ich oft was anspreche und dann nochmal was nachschiebe, auch das hätte ich noch sagen müssen, das hätte ich noch sagen müssen, weil ich dann immer wieder denke, ich merke jetzt, das Programm kriege ich das gar nicht mit, weil die bloß immer das hören, was ich sage, was einmal zuerst wichtig ist. Du sollst ja nicht interpretieren. Jetzt haben wir eine Seite, selbstverständlich sollst du dann interpretieren, aber in Maßsetzung von Holofeeling, dass du diese Iteration eines Wortes der Vielheit, wenn du das machst, iterier das Wort im System von Holofeeling. Dann bleibst du nämlich im Kontext und nicht in einer einseitigen Ja-Nein-Interpretation. Das führt dich permanent entweder in Einzelzweige in Sackgassen, die mit dem Hauptgedankengang überhaupt nichts zu tun haben. Das ist dieses Zuhören, dieses Beispiel, dieses Verwerfen. Man ist nicht neugierig, du musst da feine an denne kriegen, dass wenn er noch etwas behauptet, was dir nicht sofort als Perspektive ersichtlich ist, dass du versuchst, diesen Gedankengang mitzugehen, das zu verstehen, was glaubt der eigentlich? und vor allem zuerst einmal präsent, vor allem stehst du zuerst einmal du, dir bewusst machen, was ist jetzt da. Es hat ne Gelsis, dass wenn jetzt was in dir auftaucht, dir bewusst machen, wie sehr du noch glaubst, dass das irgendwo ein anderer da außen, der auch dann da außen ist, wenn du nicht an ihn denkst, die Ursache dafür ist, dass das jetzt in dir auftaucht. Die Ursache, dass was in dir auftaucht, ist immer Gott selbst und du mit deinem Programm und deinen Interpretationen. Niemals irgendein Gedanke als Ding an sich. Dingelingeling, Beispiel. Picture. Es klingelt nicht, weil da außen einer ist, der dich anruft, sondern weisgängig denkst du dir den aus. Du stammst nicht von deiner Trockennasenaffenmutter ab, sondern die stammt von dir ab und die entsteht in dem Moment, wo du dir das ausdenkst. Du kannst dir jetzt deine Mutter ausdenken, deine Mutter. Das ist deine Logik in der Symbolik, dass dir ein kleines Äffchen rausquetscht, wo du sagst, das bin ich und das ist meine Mutter und das ist passiert vor so und so vielen Jahren. Nein, es passiert jetzt, weil du das jetzt denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und du bist nicht dieses Äffchen, sondern der, der sich das ausdenkt. Rot gesteben. Weil jetzt sag ich mal, der bist du natürlich auch nicht, sondern der, der sich den Deppen ausdenkt, der sich das unbewusst ausdenkt. Das ist der Weg, den ich immer wieder wiederhole. Und das zu verstehen, brauchst du überhaupt kein Intellekt. Ein Mini-Intellekt. Es erfordert Bewusstsein. Du musst ein Geistesfunk sein. Und ob du das bist oder nicht bist, du bist es. Sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Der Udo, den du dir ausdenkst, der Gogo und die Trixie, sind es mit Sicherheit nicht, weil das bloß existierende Gedanken von dir sind, die sind schon wieder weg, wenn du nochmal dran denkst. Natürlich, der vom Computer ist es auch nicht, der jetzt steht, wenn du an dich denkst. Okay, ihr zwei, ihr drei, ihr vier, was auch immer. Auf mich, ich freue mich, ich freue mich, ich habe mal wieder. Ciao. Ja. Gerne. Ciao.